ja auch von der leiker ja alle spielen sind von der leiker okay okay ja so meine six willkommen hier bei what attack of the toy tank da haben wir angezeigt erstmal ich weiß gar nicht worum geht ja egal angebot 2,50 euro sonst 10 oder 15 euro keine ahnung ja das mal so egal was ist guck mal ah cool mehr levels so ah cool 1,2,3 ey ich habe nicht mehr angebot gar nicht ohne kick kann ich nicht zocken geht nicht aber da hätte die gegner mich auch in ruhe lassen ist ja okay ah cool da kann man so zucken äh gucken oder ein trophäe ist immer so wie man trophäen kriegt weiß ich nicht ich weiß nicht wie man fährt zurück was steht da was rechts links drehen rückwärts S2 ähm vorwärts L1 also wo außer den steuerung ey boah micro machine sowas egal beste steuerung in der welt alles klar fehlt mir na beste steuerung in der welt so zack erste level geparkt ist nun mal kurz da cool so ja nächstes level tschüss so mit L1 und L2 fahren ähm also geht schon los also äh schon gedacht wer der andere da die taschen umzahlt ja ähm tschüss tot so war einer wo sagt er geht schnell weiß nicht was alles klar war ja cool mal gucken na gut das hier ist kein durchgezockt video aber beim rückwärts Lauf tschüss du bist okay ähm ah oh nein ah ok trophäe gekriegt weil ich rückgestorben bin alles ok na warum ist ok hier klappt da wenig ein bisschen was da ähm ja ok ja ist ok ja ein fehlschlag ist ja ok solange die 20 mal hintereinander ist das in Ordnung ja das sind halt nur also muss doch jemand drücken halt weil es halt muss nicht drücken so mach schwinden halt fast was ich nicht sehen so ah der eine ist auf hinten eingestellt ja klar ok ne ist ok kann man ruhig ein paar mal verlieren warum nicht das sind hier nur spielzeuge ah cool ist dass so ein lego rumfliegt und da hier so rummige würfel ähm ah gut dann gehe ich jetzt mal hier auf den typ hier los tja ja ist denn das normale da ja ok ah eine ausgelöscht aber auch schon knapp da hier fast hier und noch getroffen egal nächster level mal gepackt ich bin mir ein trophäe ah cool so macht eigentlich ein bisschen spaß ein bisschen sinn sieht noch cool aus ich wusste sind von dem spiel so nicht verstehe aber egal ja wird doch schnell getroffen aber so leicht ist das ganz staunen mäßig hier ähm recht recht ähm recht ähm ja so ist ja gerade austricksen nix nix passiert egal egal kommt für angezockt lang der da ist ok ja die gegner treffen ein schnell dass man selber da verbrechen dass man fahren kann keine ahnung da lächeliches da ja ratzfatz in die box sonst gar nichts tja so schnell geht das gar nicht ist noch in ordnung hier ich mich nicht so drüber auf wie bei anderen spielen ok bald schon aber naja schlägt mich jetzt hier da ein doppel ko ok leutnant andere trophäe hat trotzdem der wille gepackt aber kann man so schlecht und einen abzug zu warten jetzt natürlich geht hier nichts mehr ja so mal abwarten bringt er wahrscheinlich um nicht viel mehr gut zu lang muss halt gucken wo der eine typ da hin visiert das ist gerade noch um visiert deswegen konnte nicht so schnell runter gucken vielleicht sagt man muss ja mal auf die panzer gucken oh mother fuck all die freis so ist nur mal so eingepackt alles klar alles klar ist in ordnung bald was hier los so erstmal den scheiß kipp ausdrücken sowas hier was ähm ja sollte mal gucken auf die panzers wo hinterher ihr lauf gerichtet ist also denkst du mal so der war ja kann man mir hier mein ende mal hier in ruhe erzählen ja das geht nicht so das ist mit ihm eigentlich so ja ja also war schon oben ja ich kann gerade gar nicht hingeguckt ihr geht schnell das müssen wir zu sagen ist live erst mal ja gut alles klar geht mein besten da gar nicht hin weil er geht immer darüber in die richtung basant wie leser behehren basant wie laser behehren ok gibt das auch noch wird immer schlimmer ok laser behehren ja die treffen auch verdammt gut tja wissen dann noch machen das ist eine falsche richtung ich wollte abhaulen ja ach immer drücken auch der falsche knopf dann geht ratzfatz geht ratzfatz abends hört man mal glück egal wenn man dann weiter kommt dann geht das noch dann beschwere ich mich erst gar nicht von unten naja ist ok ja geht ratzfatz wie gesagt das ist zum glück sind der lego stadt in solchens fort ausrasten und doppel ko alter bringt mir nix ganz schwer definitiv ist das schwer ja da muss man darauf achten wo die panzer ihre rohre haben welche richtung wo sie schießen können und ähm dann geht das dann schon müssen wir erst darauf achten und so weiter macht man wahrscheinlich nie ja wie gesagt gleicher gesagt alles getan war jetzt auch das erste mal erste mal tausend mal gestorben ja naja naja so naja also macht ein bisschen spaß ist in ordnung so auch wenn euch das video gefallen mit den like am nieren und ähm ich probiert noch so weiter und ich davon ein video mache ja dann euch noch einen schönen Tag und das war dann ein video und bis zum nächsten mal wieder so ein tschüssi und kabumm das war's